Sag mal, wie ist Filippo so als Partner? Ich würde sagen, wirklich liebevoll, sexy, wahnsinnig perfektionistisch. Und das hat dazu geführt, dass ich mich immer bemüht habe, mich als seine Partnerin zu verbessern. Verbesser? Weißt du, er bringt mich auf eine höhere Ebene. Ah, okay, verstehe. Wer ist denn? Lift-Boy. Was findest du am besten an Idoia? Das willst du nicht wissen. Aber natürlich will ich das wissen. Der Sex. Das will ich tatsächlich nicht wissen. Ich habe das vielleicht blöd formuliert. Nein, das war ziemlich klar. Bist du jetzt... Nein. Willst du wirklich sagen, das Highlight eurer Beziehung ist der Sex? Sag die Frau, die eigentlich gar keinen Freund hat, sondern ein Lift-Boy. Oh, ja, ja. Naja, der Sex. Du solltest deine Meinung über dich nicht von jemand anderem abhängig machen. Nur von dir selbst. Oder? Ja, doch. Du bist eine tolle Frau. Und das bist du mit Philippo oder ohne Philippo. Okay.